Und du wirst also mindestens, oder deine Aufgabe ist mindestens 100 Teilnehmer von hier mal kurz durch das anliegende Wohngebiet zu führen. Hier kommt ein bisschen Mucke, Laura und ich werden auch für Stimmung sorgen, easy. Hast du Bock? Bist du dabei? Seid ihr auch dabei? Wir bestimmen sich schon mal, da braucht ihr nicht mehr viel Arbeit leisten. Und auf einmal, mein Dad, und ein Lächeln ging über ihr Gesicht. Weisst du, was ihr gemacht habt in ihrem Heren? Dopamin ist ausgeschüttet worden. Das hast du gesehen? Das tropfte zu den Ohren raus. Echt, das ist doch ganz krass. Das hat Glück und Stärke hervorgerufen. Die haben nochmals den Turbo gezündet in dieser letzten Zeit. Ich war eine Stunde, weil ich beim Tränen hierbei. Die haben nochmals richtig Gas gegeben.